So, ein kleines Häkchen, Matthias. Doch, Stößchen. Stößchen, Tröginchen. Auf eine rauschende Ballnacht. So, wir verlassen Kiel. Natürlich 20 Minuten früher. Bei Kunat ist alles ein bisschen anders. 17 Uhr sollte man eigentlich abdrehen. Die Leute stehen alle auf dem Balkon. Schauen. Darf ich auch mal dringen? Stößchen Hubert. Stößchen. Die Möwen begleiten uns. Wie keiner von meiner Familie da. Das ist ganz klar.